Hey, Eiko, da hat die Unterhose an, gell? Mach's bloß auf! Der ist halt ein Schnellficker drin! Der ist ein Schnellficker drin! Ries, ich mach euch, ich darf mal lieber gehen! Ich hab auch viel Angst! Wer ist denn geschwätzt? Der haut denn erst vor uns, der ist hinter uns! Weiter geht's! Hahahaha 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 Tina, wenn du mich in Ruhe lässt!